Ja, hallo da draußen recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Civilization 6 im Multiplayer mit dem lieben Banausen, der mit mir zusammen die Weltherrschaft hier anstrebt, so wie es aussieht. Hallo. So, nächste Runde. Sagen wir mal, der Ami ist ein bisschen bluten lassen hier. Du hast unten schon den geholt, die engländische Stadt bei dir. Ja, ja, ja. Dann bin ich gleich gesehen. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Leeds. Gerade noch nicht auf dem Weg. Ah, ja, ja. Brauchen wir jetzt nicht. So, du hast gemacht eine Kanalisation. Puh, was soll ich denn hier mal bauen? Weiß ich gar nicht. Ja, machen wir nur klar. Ja, da überlege ich mir auch jedes Mal auf dem Neue. Was baust du jetzt? Oh. Ich glaube, ich habe ein Panzerschiff gefunden. Oh, wer denn das verloren? Engländer. Ich glaube, ich habe ein Panzerschiff gefunden. Ein Schlachtschiff. Das ist natürlich ärgerlich für das Panzerschiff. Ja, schon. So, du kannst angreifen. Oh, das ist so ein neues. Boah. Oh, ho, 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 ho. Einmal draufgeschossen mit meinem Radar. Da geht auch kein Atelukorps. Und statt mir ist es komplett platt. So, gut. Äh. Statt vernichten. Ich habe eh schon jede Menge Annehmlichkeitsprobleme. Was soll ich mit dem Siedler? Was bitte soll ich mit dem Siedler? Jetzt noch. Ich werde die ganze Städte da drüber vernichten. Aber jetzt gerade so. Ich habe mich entschlossen. Sind wir mit Kabul im Krieg? Ah. Süd so aus. Das klingt wie ein anderes Hausdier. Kann man kurz den Katt machen bitte? So wieder zurück, sorry für den kleinen Cut, aber wir stecken nicht drin. Eben. Ich sag mal immer so schön, irgendwas ist ja immer. Fünf Minuten früher. Wer denn? Einiges angenehmer gewesen auch. Warte, wir haben einen Ranger hier an, was soll denn das? Ich hab's gesehen. Ganz schön frech. Nein, es gibt keinen Frieden. Nein. Ja, finde ich auch. Ja. Genau. Oh, bei einer Auslegung zieht da den Krieg. Wer traut denn mit dem Engländer, wenn man den Siedler hier rüber? Was ist denn mit der? Schon wieder. Ja. Die lernt's nicht. Erstmal hin dackeln. Die lernt's einfach nicht. Robotik gibt es schon ewig. So, die Arena. Wo ist der Markt? Wo ist er fahren? Panzerschiff weg, weiter geht's. Das ist ein Schiff, weiter geht's. ja jeweils wir haben wieder dreht ab in dem sie lai ok gegen fisch auch witzig mit anbaust schützen greifen die meine Da kann man ja keine Schilfe hinterlären. Oh! Da stehen U-Boote vor der Küste. Wo? Da bei Leeds. Von England, oder? Moment. Die sind jetzt steht da jetzt nicht. Ach so. Nee, Barbarenland. Wahrscheinlich. Oh, okay. Ich hab mein Panzer niedergemacht. Vorsicht. Diese Barbare. Ja. Toll. Tolle Wurst. Du hast den Unterhaltskurs zu hoch. Ja. Ich glaub das auch. Boah, was baust du denn? Komm, bau irgendwas. Äh. Bau... Da. Ein Hafen. Da. Was hat zu tun? Du. 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 So, ich bin durchcheckt, ich habe alles erforscht, Technologie-Baum. Okay. So, kannst du jetzt schießen, da kannst du immer mal nicht aufschießen, da kannst du gehen. Oh, das ist ein schönes Dschungel wahrscheinlich, da. Dschungel. Heilstich. Du gehst noch. So, ich kann schießen, da endlich wird auch Zeit. Warmstadt, aber weg. Jetzt muss ich die ja nicht behalten, weil es die Hauptstadt ist. Die Hauptstadt kannst du nicht vernichten. Hast du das gewusst? Ja. Echt? Mhm. Ach, guck, jetzt sind zwei Städter oben, jetzt kommt endlich mein General. Ja. 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 Und theoretisch, wenn ich jetzt noch London erobert, das müssen wir eigentlich ohne haben. auch. Ja. Ja, ja, ja. Ist richtig. Theoretisch schon. Ja. Und dann ziehen. Ich ziehe Richtung London, oder? Ja, wie gesagt. Könnt ihr echt an mir Frieden machen, oder willst du die Oberstelle bei dir noch holen? Nein, nein. Das ist ein Geheimnis, aber es ist ein Geheimnis. Okay. Ich muss euch Kabul auch wieder Friede herschreiben. Ich bin bei dir drüber. Ich bin bei dir drüber, Ibrahim. Ja, ja. Victoria. Okay. So, wenn wir beim Beste reinkommen in London. Bist du ein Lager? Ja. Ich schlage da unten. Das heißt, ja. Vielleicht Bristol erstmal holen. Ne Victoria, ich will kein Friede mit dir. Ja. Ja. So. Ich bin bei dir. 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 Was machst du? Näher von Luftweg gehe ich immer nach London. Die Stadt mal ein bisschen sehen da. So, du, Alter, verstand ich dich jetzt auch einfach da. Ach, mein General, du fährst noch mal anunter. Wenn wir ins Kriegsschiefheft kämen wir London Schiff von Zeus angriffen. Ganz unbehelligt. Es ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und dort natürlich ein paar Runden. Ah, du hast schon eins? Jaja, der ist aber noch im Norden von der Insel da. Okay. Okay. Ich kann mir auch eins kaufen. Ich weiß was. Jetzt brauchen wir mal Atomoboden. Das ist ja nur weiter. Äh, was machen wir jetzt als nächstes? Da ist ja nur noch im Anstens. Es ist ja nur noch im Club membership. Der ist ja nur noch im Club. Was ist das? Was ist das? Oh, ein bisschen Schütze. Da ist doch keine Angst. Vor was? Vor dem Armbrustschützen. Achso, na. Er hat es noch überlebt. Das ist noch viel schlimmer. So kann man es natürlich auch sagen. Ja. Ok, gut. Die kaufen wir da. Große Persönlichkeit. Ist das jetzt funktioniert? Nein, nicht funktioniert. Ist das jetzt funktioniert? Ok. Ich thöne. Man braucht sich das, aber die Kuhler vom Teddy. Achso, ich denke, wir wissen nicht. nur dingle das ist ja auch böse hallo ja schon hat er schon recht die mir einen anhängen doch dem fragung entdecken und er kommt jetzt ich stehe noch an so du gehst mal in Richtung London oder 14 runter oh man du gehst da runter ich geh mal da her woher mit Stockholm ist jetzt da oh Stockholm ne steht hier ok ich geh jetzt da her dann könnt ihr euch die rettisch und kaufs machen genau sehr gut naja allzu lang geht es nicht mehr ich glaube auch wenn sie engländer darauf anstellen und mich einfach durchlässt dann geht schnell nicht mehr muss noch ein bisschen Geld erleichtern können dann klappt das wohl guck jetzt kommt er auf dem Endweg und dann sind sie Maschinen und dann 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 ja stimmt hin plus eine Bevölkerung erst rein ja und dann und dann und dann und dann aber ich Irgendwie nicht. Das doch halt einfach uns so gar nichts bringt. So, Victoria. Wie viel Geld hast du noch? 41 Gold. 42 Gold. Scheide, ich kann London nicht auswählen. Stimmt, das ist aber schon klar. Ja. So was machst du noch? Oh, Panzerabwehrmannschaft und ein Handwerker. Kommt auf mich zu. Panzerabwehrmannschaft, Handwerker und Händler. Jetzt kriege ich Angst. Da ist noch irgendwas für dein Krieg da drüben. Nö. So, ich trinke mal einen Schluck, bis du mein Neusen soweit ist. Wenn du die Richtung nicht änderst, kannst du vielleicht auch noch ein paar Mal sehen. Okay. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Guck beim Schwabe rum. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.